Hallo zusammen, hier ist wieder euch Chiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assetter unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das Achievement, das gehört in ein Mausoleum. Und für dieses Achievement müssen wir vier uralte Schriftstücke in der Königsruhe auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch finden. Das allererste haben wir hier gleich direkt am Eingang. Und zwar haben wir hier so einen Stapel von Kisten. Und hier am Fuß der Kiste, nicht oben drauf, liegt hier das Schriftstück. Und das müssen wir einmal anklicken und haben dann dementsprechend das erste gefunden. Und jetzt zum zweiten gehen wir jetzt auch in den zweiten Raum rein. Und dort biegen wir eigentlich relativ zügig links ab. Wir müssen aber hier noch ein bisschen weiter laufen und zwar nach ganz hinten. Denn da liegt dann das zweite. Und zwar sind es nicht diese Dinger hier, wo wir eine Geschichte lesen können, sondern es liegt hier an der Treppe ran. Also man sieht es sehr, sehr schlecht, weil alles grau in grau ist. Und zwar hier an der Seite dran, das Ding ist es, man klickt es an und dann ist wieder eins von diesen Schmuckstücken, die wir sammeln müssen, weniger. Jetzt kommen wir zum dritten. Und das ist ein bisschen tricky. Und zwar haut man den ersten und zweiten Boss um und geht in den Raum nach dem zweiten Boss. Und hier haben wir ja diesen großen Troll. Da gibt es nur einen in der ganzen Instanz. Und den pullen wir hier rein, in den Raum hier. Und er muss seinen Hit machen, der einen hochschleudert. Und ihr seht schon, ich habe mich hochschleudern lassen und dann einen Rückzug gemacht als Eule und bin hier oben reingekommen. Und hier liegt dieses Teil. Man kann da auch über normalen Wege raufkommen, ohne dass man einen Rückzug hat. Wenn man solche Fähigkeiten hat, wie Rückzug als Hunter bei der Eule gibt es auch sowas und bei vielen anderen Klassen auch, dann kommt man dann ein bisschen einfacher nach oben. Also für eine Klasse, die keine so eine Fähigkeit hat, muss man halt gucken, dass man auf den Vorsprung hier unten kommt und dann es schafft, da reinzulaufen. Man kann es sogar von unten anklicken, also wenn man nicht wirklich in dieser Einbuchtung drin ist und man nur auf dem Vorsprung steht. Das letzte von den Teilen befindet sich kurz vorm Endboss und zwar an der rechten Säule. Seht ihr hier oben ist das Ding. Da muss man hier in diese Vertiefung reinspringen und von da kann man es schon anklicken. Dann ploppt auch das Achievement auf. Und ja, ihr habt das quasi. Ihr könnt euch das Achievement rausziehen und tracken, wie viele ihr aufgesammelt habt, dass ihr euch sicher seid, dass ihr es wirklich erwischt habt, falls ihr es in einer anderen Reihenfolge macht. Und ja, damit seien wir eigentlich durch mit dem Achievement. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.